Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu Part 25 unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Familie Kuna. Unser Billy ist wach geworden, ich habe die Nacht weitergespielt. Wir sind jetzt am nächsten Morgen, am Montagmorgen, alle Kinder müssen wieder in die Schule, außer unsere zwei Toddler. Ja, und da werden wir sehen, was uns heute erwartet. Wenn alles gut gegangen ist, bin ich jetzt eigentlich schon eine Woche wieder aus dem Urlaub zurück und wir können jetzt ganz normal weiterspielen, hoffe ich jedenfalls. Das ist jetzt noch die Folge, die ich vor dem Urlaub aufgenommen habe, damit das dann nicht so stressig ist. Ja, das dazu und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. So, wie gesagt, unser Billy ist wach, der muss auf jeden Fall mal duschen zuerst und dann kannst du die Reste nehmen. So, ich hoffe nur, ja, der müsste heute eigentlich alles erreicht haben, genau, der hat, der wird auch zweier Schüler. Unser Bennet, das dauert noch ein bisschen, der hat alles erreicht, was er braucht. Was ist mit dir? Wieso hast du Angst? Bennet, was ist los? Verängstigt? Angst vor Monstern? Hallo, wir haben eine Lampe. Da gibt's keine Monster. Wie geht's denn dir? Du hast Halluzinationen, weil du hungrig bist. Geh mal was essen. Nimm mal Reste und hör auf, hier rumzurennen, wie gestört. Unser Adrian ist auch wach und nimm dir bitte auch mal Reste. So, und unsere Bella ist auch verängstigt, auch Angst vor Monstern. Das kann ja nicht sein, wir haben so eine Lampe, Kindersch. So, aber wir gucken mal, die können nämlich alle in die Schule gehen ohne Probleme. Hausaufgaben sind erledigt. Äh, unser Adrian braucht noch Fähigkeiten. Adrian, was ist denn los mit dir hier? Hier, Raumfahrttechniker, der zwei, der soll mal bitte noch tanzen, oder? Wir haben doch hier unten was zum Tanzen. Kannst du da nicht mal tanzen? Da, hier. Wir hätten doch ein bisschen länger da bleiben müssen. Da hätte er noch Raumfahrttechnik lernen können. Oder haben wir ein Bücherregal hier irgendwo? Dieses Haus habe ich ja von der lieben Natiko bekommen. Gibt's da, ja, ich habe ein Bücherregal. Können wir Bücher kaufen? Gibt's denn da Raumfahrttechnik? Sach. Ist das das? Nein. Ich glaube, ich muss bei Fähigkeiten gucken, oder? Genau hier, Fähigkeiten. Gibt's da was für Raumfahrt? Raketenwissenschaft, ist das das? Mal gucken. Wir nehmen mal Band 2 und vielleicht noch Band 3. Sollen wir auch Band 1 noch nehmen? Ach komm, was soll der Geiz? So, und kannst du jetzt vielleicht mal nicht tanzen, sondern mal gucken, ob du hier lesen kannst? Und zwar, wir probieren mal Band 2, ob da diese Raketen, also ob die da diese Raumfahrttechnik hochgeht. Weil da fehlt uns nur noch einer für drei. Und wie viel brauchen wir? Drei, genau. Sie müssen in einer Stunde in der Schule sein. Er ist jetzt runtergekommen, ist am Regal. Ich hoffe, dass das wirklich die Raumfahrttechnik ist, was er jetzt liest. Jetzt geht er wieder hoch. Hallo, kannst du dich nicht hier hinsetzen und lesen? Gibt's denn das? Ne, jetzt latsch du hoch. Das gibt's nicht. Also dann tue ich das mal bitte weg. So, ich weiß nicht, wo er jetzt hingeht mit seinem Buch. Okay, er setzt sich zu seinem Geschwisterchen. So, und geht da jetzt das hoch, die Raumfahrttechnik? Nein, oder? Okay, wir müssen sie alleine losschicken. Also da wird jetzt nichts, geht nichts hoch. Hm, komisch. Gut, aber dann hör mal auf mit Lesen und geh mit den anderen in die Schule. Unsere Odette ist jetzt auch wach. Ja, und sie nimmt sich gerade was zu essen. Ansonsten geht sie ja eigentlich blendend. So, wie sieht denn das aus bei euch Mäusen hier? Charles, du musst auf Toilette gehen. Geh mal aufs Töpfchen und dann könnten wir mal was zu essen rausstellen. Nehmen wir mal Würstchen mit Paprika. So, und kleine Charlotte, wie geht's dir? Die braucht auch Blase, aber kannst du, Odette, vielleicht mal hier erst mal das Töpfchen sauber machen? Weil da kann dann nämlich unsere kleine Maus hier aufs Töpfchen gehen. So, ich wollte gerade sagen, machst du hier keine Ordnung, aber doch, sie räumt auf. Das ist sehr gut. So, unsere Mäuse sitzen hier auf dem Töpfchen und leveln ihre Töpfchenfähigkeit. Sehr gut. Und was möchtest du machen mit Lama malen? Rosa farbenes Lätzchen, ignoriere das mal bitte. Also heute müssten unser Billy und unsere Bella bessere Noten bekommen und dann dürfte es so langsam weitergehen mit Altern. So, er hat Hunger, dann nehmen wir mal hier ein Gericht und dann kann die Odette dich baden. Ich mag dieses Lied nicht. Ja, von mir aus, aber dann komm doch hoch und mach so einen Quatsch nicht. Wenn du die Musik nicht magst, schalte doch um. So, Charlotte, da braucht nichts. Die braucht nur Aufmerksamkeit. Gegenstrategie. Konfrontiere sie mal. Leistungsverbesserung, klein, sehr gut. So, Odette, kannst du dann unsere kleinen Maus hier Formen beibringen? Weil da hast du dich vielleicht dann gut gekümmert. Was ist denn los schon wieder? Okay, sie laufen weiter. Odette, was ist denn los? Dann bade jetzt erstmal unseren Charles. Mach das mal. Und du, kleine Maus, du könntest mal hier spielen. So, es braucht eigentlich, die hat immer noch Hunger, das gibt es doch nicht. Ja, das soll sie da danach hier essen. Eine Stunde, bis es verdorben ist. So, die heutige Post wurde zugestellt. Da kriegen wir bestimmt viel Zeug. Da soll die Odette gleich mal gucken gehen. Oh, wir müssen Rechnung bezahlen und wir können uns das nicht leisten. Okay, also, erstmal Post holen. Okay, also, erstmal Post holen. Unser Geldbaum wächst wieder. Er ist zwar noch klein, aber immerhin. Hier muss er auch jeden. Hier muss er alles verkaufen und gegen Käfer einsprühen. Auch hier bitte alles verkaufen. Und nochmal alles verkaufen. Wir haben übrigens Level 2 der Fantasiefähigkeit bei der Charlotte. Unser Billy, was macht der? Der ist, der spielt mit Puppen. Okay. Okay, und unsere Charlotte hat Hunger. Aber das macht sie dann gleich. Da kann sie mal aufhören, erstmal mitspielen. Ja, und dann wird sie sich was zu essen nehmen. Wir gucken hier, was unsere Odette macht. Da kommt ein kleiner Geldbaum wieder. So, und während sie den Rest hier macht, Charlotte hat jetzt Bewegungsfähigkeit 2. Gucken wir mal hier im Inventar. Ja, da kannst du sehr viel verkaufen. Das machen wir mal, damit wir dann noch die Rechnung begleichen können. Das lasse ich mal drin. Das auch natürlich. So, wir haben 3930 Simoleons. Und können wir die Rechnung jetzt begleichen? Jawohl. Na, Gott sei Dank. Und, äh, Charles hat Level 2 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Das ist auch schön. So, und wenn du die Rechnung begleichen hast, kannst du auch wieder hochgehen und was essen. Das ist schlecht. Das kannst du bitte aufräumen. Und dann kannst du Reste nehmen. So, die zwei, die unterhalten sich hier schön. Oh Gott, sie hat Hunger. Warum hatten die schon wieder Hunger? Kannst du mal bitte was essen? So, Level-Aufstieg von der Charlotta. Das ist auch prima. Wir müssen mal hier aus. Pinwand ist voll. Also, wir müssen es löschen. So. Die soll jetzt erstmal was essen. Und die ist schon wieder müde. Wie sieht das bei dir aus, Charles? Charles, du könntest vielleicht mal hier noch mit Puppen spielen. Formen kannst du noch nicht. Aber das kann dir dann vielleicht deine Mama beibringen. Die zwei essen hier. Was ist denn das? Muss man dann auch mal wegräumen. Die haben hier bloß das Essen rumgeschmissen. Was ist denn hier los? So, hast du jetzt gegessen? Warum isst denn du nicht? Jetzt iss mal und mach nicht so eine Sauerei. Also, ich glaube, die Kinder müssen dann doch erstmal zum Schlafen gehen. Sie ist total müde. So, und unsere Kinder sind von der Schule zurück. Mach du mal bitte ein Nickerchen. Und wir schauen mal, wie das ausschaut. Ja, er ist Zweierschüler. Billy auch Zweierschüler. Und Bella auch Zweierschüler. Die müssen Hausaufgaben machen. Und unser Adrian auch. Der muss auch machen. Okay. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass die am nächsten Tag Geburtstag haben. Wo gehst denn du hin? Nee, mach mal hier ein Nickerchen. Du bist müde. Aber wer bin ich? Überlege, was du gerne machst. Okay. Dann Bella ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekehrt. Okay, die haben alle ein Schulprojekt. Vielleicht können die das gemeinsam machen, die drei. Oder zwei. Mal schauen. Das werde ich mal hier rausholen, das Schulprojekt eins. Beides können wir eigentlich unten machen, oder? Hier haben wir viel Platz. Wo ist denn das jetzt hin? Wenn jemand anderes kommt. So. Beginnen wir mal vorsichtig zu arbeiten. Aber das muss eigentlich Bennett nicht machen, sondern das müsste eigentlich Billy machen. Und Bella könnte hier mitmachen. Die hat auch ein Schulprojekt. Da kannst du auch mal beginnen, vorsichtig zu arbeiten. Und Odette ist am PC. Die könnte mal hier beim Projekt helfen. Und du könntest dann eigentlich deiner Schwester beim Projekt helfen. Wie wäre denn das? Billy hat die Logikfähigkeit erreicht. Sie kommt rein mit dem Schulprojekt. Und er, Bennett, du könntest mal Hausaufgaben machen. So. Und das hier können wir verkaufen. Ein Simoleon. Na, super. So. Adrian, kannst du deiner Schwester hier helfen? Nino ruft an. Soll. Lass uns zum Feuerwerk gehen. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen gute Noten. Unser Billy ist glücklich. Äh. Dem geht's auch gut. Das tue ich mal wieder reinstellen. Charles, wie sieht denn das aus? Geh mal hier eine Runde, fragen, was das ist. Damit deine Denkfähigkeit hochgeht. So. Und unsere kleine Charlotte, die ist noch sehr, sehr müde. Und das ist schon wieder 17.62 Uhr. So, wie sieht das hier aus? Die machen schön ein Schulprojekt. Charles hat die Bewegungsfähigkeit Level 2 erreicht. Und die Denkfähigkeit erreicht. Oh je, hier ist was kaputt. Odette, könntest du dann mal hier Reparaturservice engagieren. So, Billy hat jetzt Level 3 der Mentalfähigkeit. Wow, das ging aber richtig schnell. Und Bella hat's auch bald geschafft hier. Und er hat die Raumfahrt-Technik, weil er hier an dem Projekt arbeitet. Na, das ist ja gut. Und sie sind Spaßvögel. Die geht auch hoch. Das ist ja super. Dann hat er das jetzt geschafft, oder? Adrian? Ja, genau. Dann kann der nämlich ein zur Schüler werden morgen. Ja, toll. Super. Und Bella hat Mentalfähigkeit 3. Sehr gut. Aber fertig seid ihr noch nicht mit den Projekten, oder? Wie lange dauert denn das? So, Bennet hat die Hausaufgaben fertig. Bennet, wie geht's denn dir? Du hast Hunger. Dann nimm dir doch was. Nimm dir mal bitte Reste. Und wir gehen wieder runter. Die sind fertig mit dem Schulprojekt. Sehr gut. Das können wir dann ihm in die Tasche ziehen. So, und dann könntest du bitte noch Hausaufgaben machen. Und die zwei haben es auch geschafft. Super. Dann kriegt das die Bella in die Tasche. Und Bella, du müsstest auch noch Hausaufgaben machen. Aber du hast auch Hunger, ne? Ja, aber Hausaufgaben machen kannst du trotzdem. So, und du musst auch Hausaufgaben machen, oder? Genau. Mach da mal noch Hausaufgaben. Und dann geht's ab ins Bettchen. So, unser Reparaturservice kommt. Gut, Adrian hat die Comedy-Fähigkeit erreicht. So, wie geht's denn unserer Odette? Ganz gut. Dann kann die sich mal hier oben um unsere Kleinen kümmern. So, wo haben wir denn unseren Charles? Charles, wo bist du? Ach, du bist hier runtergekrabbelt. Super, aber du musst, Charles, du musst aufs Töpfchen gehen. Und unsere Charlotte ist hier draußen. Charlotte, das hilft doch nichts. Du musst hier aufs Töpfchen gehen. Und ihr seid schon wieder hundemüde. Ja, die sitzen hier unten und essen. Und einer macht Hausaufgaben. Sehr schön. Odette, könntest du mal hier vielleicht das an einen Sammler verkaufen? Da wurde ein Bild gemalt. So, und unsere kleine Charlotte, die quält sich hier die Treppe hoch und geht aufs Töpfchen. Unternehmerfähigkeit hat sie erworben. Und machst du jetzt hier... Was macht denn dieser Reparaturservice? Wie wäre denn das, wenn du mal hier das reparieren würdest? Hm, komisch, dass der das nicht macht. So, kleiner Spatz, warst du denn jetzt auf Toilette? Ja, Mobbingzeuge. Schreite ein und verteidige deinen Freund. Okay. Dann gehen wir jetzt hoch und holen mal was aus dem Kühlschrank raus. So, und dann kannst du, Spatz, mal hier hochkommen. Nee, 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 nee. Geh nicht da runter. Geh hoch. Oh je, oh je. Jetzt wollen die da draußen in dem Zelt schlafen. Nimm dir mal ein Gericht. Und dann kannst du hier schlafen gehen. Unser Bennett, der hat sich auch schon hingelegt. Der soll mal schlafen. Der hat Hausaufgaben gemacht. Und ja, dann kann der fleißig lernen. Und dann wird er das morgen wahrscheinlich auch schaffen. Hier ist das Schulprojekt. Tun wir ihn mal wieder rein so. Ja, und jetzt werde ich so langsam alle ins Bett stecken. Was ist denn mit dir? Sie kriegt Aufmerksamkeit. Und dann kann sie noch mal ein Gericht nehmen auch. Und hier auch schlafen gehen. So, und unsere Mama, die hat auch Hunger. Die kann sich Reste nehmen. Unser Edrien auch. Der macht noch Hausaufgaben fertig. Und dann soll der das verdorbene Essen aussortieren. Und dann kann der sich auch Reste nehmen, wenn er das gemacht hat. Billy ist hochgekommen. Billy, du müsstest eigentlich auch noch was essen. Und dann kannst du schlafen gehen. So, Bennett war in Ordnung. Jawohl. Bella hat die Hausaufgaben fertig gemacht. Das ist auch sehr gut. Dann musstest du mal duschen. Dann kannst du dir Reste nehmen. Und dann muss er auch ins Bett. So, und jetzt muss ich nur noch überwachen, dass das alles klappt. Unser Reparaturservice ist fertig. Ja, das hat er jetzt auch repariert. Was ist mit dir los? Du sollst duschen gehen. Ja, und ich hole euch zurück, wenn jemand ausgeschlafen hat bzw. wach ist. Guten Morgen, unser Bennett ist wach. Und was ist hier los? Telefon? Keine Ahnung. Wer da angerufen hat, ist schon weg. Und er soll aber erst mal duschen gehen. Kannst du mal hier duschen? Weil da ist dein Bruder auf Toilette. Mach das mal bitte. Also, Bennett ist wach und bereit für die Schule. Sieht gut aus. Billy ist auch wach. Ist der wach? Ja. Was möchtest du machen? Mit Puppen spielen. Du könntest mal Zusatzaufgaben machen. Das wäre ein bisschen gescheiter. Weil wir wollen ja, dass du auch altern kannst. So, jetzt muss ich mal gucken. Unsere Bella. Die ist vermutlich noch ziemlich müde. Müsste aber auch Zusatzaufgaben machen. Das wäre zumindest nicht schlecht. So, unser Adrian. Der braucht Hygiene. Aber den lassen wir mal noch ein bisschen schlafen. Odette, wie wäre es denn, wenn du mal hier... Nein, nicht das Puppentier schlägst, sondern aufräumst. Das ist viel gescheiter. Und hier übrigens bitte auch. Tu deine Aggressionen anderweitig abbauen. Zum Beispiel mit Aufräumen. Und hier muss ein Töpfchen geputzt werden. So, die müssen jetzt in einer Stunde in der Schule sein. Adrian, wach mal bitte auf und geh mal duschen, dass du da sauber bist. Und was ist mit unserer Bella? Bella, du könntest auch aufstehen und jetzt deine Zusatzaufgaben machen, damit du dann auch älter werden kannst. So, wie sieht es bei unseren Kleinen aus? Denen geht es ganz gut. Die müssen aber noch ein bisschen schlafen. Unsere Charlotte muss mal kurz aufstehen und aufs Töpfchen gehen. Und dann soll die aber noch ein bisschen schlafen. Gebadet werden muss sie auch noch. So, wir müssen jetzt die Kinder in die Schule schicken. Auf geht's. Bennet ist noch. Aber der geht jetzt. Jawohl. Dann, Billy, du müsstest deine Aufgaben. Schaffst du das noch? Naja, wir brechen mal ab. Die sollen auch. Lieber, dass sie pünktlich in der Schule sind. Gott, die hat schon einen ganz schön dicken Bauch. Aber es kann nur ein Kind werden. So, und wie sieht es bei unserer Charlotte aus? Ja, die soll dann nochmal eine Runde schlafen. So, Billy und Bella fehlen noch. Schauen wir mal, wie das schulisch aussieht. Ja, die sollen jetzt alle fleißig lernen, oder? Er hat es eh geschafft. Da braucht man nichts machen. Er soll fleißig lernen. Sind denn die noch nicht in der Schule? Fleißig lernen. Fleißig lernen. Gut gemacht, Bella. Der Abschluss von Schulprojekten hat einen guten Einfluss. Ja, dann hoffen wir mal, dass unsere Kinder, wenn sie heimkommen, dann Geburtstag haben können. Dazu brauchen wir aber einen Geburtstagskuchen. Und da Odette gerade nichts zu tun hat, könnt ihr dir mal schnell einen Geburtstagskuchen machen. Unser Geldbaum ist gewachsen. Schaut euch das mal an. Und wir kriegen wieder Geld. Super, aber sie muss hier gegen Käfer einsprühen dann. Und dann kann sie alles verkaufen. Super. Und jeden muss sie aber auch schon wieder. Sie hat jetzt natürlich hier nicht weitergemacht. Sie sprüht erst gegen Käfer ein. Und dann soll sie halt den Kuchen fortsetzen. Der Geldbaum ist wichtiger, das stimmt. Aber sie hat hier auch einiges noch zu tun. Oh, oh. Jeden weiterentwickeln können wir. Und alles verkaufen können wir. Ich hoffe, sie macht auch zwischendurch den Geburtstagskuchen. Müssen wir mal gucken. So, und wir gucken uns mal hier nach den Mäusen um. Charles. Charles ist gleich wach. Und Charlotte. Ja, auch. Gott, die sind schon wieder traurig. Ist jemand gestorben? Nein. Sie wird nur eine schreckliche Mutter sein. Was ist hier? Telefon. Wie bitte? Adrian hat verbotene Wörter benutzt. Als ihm eine Frage gestellt wurde. Die Lehrerin war wirklich schockiert. Eine Strafe ist da schon fällig. Aber eigentlich ist unser Adrian ein braves, braves Kerlchen. Also das kann ich ja gar nicht verstehen. Was ist denn hier schon wieder los? Essensschlacht. Ja, sagt man, könnt ihr euch nicht in der Schule benehmen. Räume mit auf. Im Kalender ist nichts. Hier haben unsere Zwillinge Geburtstag. Das hoffe ich, dass wir das eher hinkriegen. Wie sieht denn das jetzt aus hier in der Schule? Oh je, die schaffen das nicht. Vermutlich schaffen die das nicht. Die lernen alle schon fleißig. Und sie kriegt schon wieder Nein. Sie hat keinen Anruf. Warum bimmelt denn das? Hallo? Nochmal Essensschlacht. Ich glaube, ihr spinnt. Kinderlein. Jetzt hat sie das wieder nicht fertig gemacht. Also kochen tut sie nicht so gerne, oder? Okay, sie hat es hier unten jetzt abgebrochen. Das macht aber nichts. Jetzt kümmern wir uns um das eine. Weil sonst wird es wieder nie fertig. So, und jetzt können aber auch langsam unsere Kinder aufstehen. Hier einmal. Zweimal aufstehen. Charles, geh mal bitte aufs Töpfchen. Und du auch. Geht mal beide zusammen aufs Töpfchen. Töpfchenfähigkeit braucht man ja sowieso. Da sollen die hier aufs Töpfchen gehen. Das ist in Ordnung. So, wie sieht denn das aus bei den Fähigkeiten? Denken fehlt noch. Und bei den anderen ist sie überall bei der 2. Und hier fehlt auch noch Denken. Okay, also müssen wir ihnen beim Denken helfen. So, Kuchen ist fertig. Dann machen wir gleich Geburtstagskerzen drauf. Mal sehen, ob wir die brauchen. So, und jetzt kannst du hier was essen. Ist mal das noch fertig? Wieso hockst du dich vor den Tisch? Und dann muss sie duschen. So, ich glaube, sie muss dann aber trotzdem noch mal was essen. Da sollst du dann hier Reste nehmen. So, und du Mäuschen, was ist mit dir? Warum weinst du? Aufmerksamkeit. Oje, 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 du arme Maus. Aber weißt du was? Geh mal hier eine Runde denken. Frag mal hier, was ist das? Da auch. Da auch. Und da auch. Und dein Bruder geht hinterher. So, sie hat jetzt die Denkfähigkeit erworben. Und du kannst mal hier aufräumen. Und wie gesagt, sie muss dann noch mal in den Garten. Jeden. Jeden verkauft hat sie das, oder? Okay. Gegen Käfer einsprühen. Und mal hier noch jeden. So. Dann geht noch mal aufs Töpfchen. Und wenn ihr auf ein Töpfchen wart, könnt ihr mal hier mit im Spielzeug spielen. Die hat schon wieder Hunger. So, Odette hat jetzt Level 5 der Gartenfähigkeit erworben. Oh, die Töpfchenfähigkeit geht ganz schön hoch. Die haben es bald geschafft. Und unsere Kinder sind zu Hause. Wie schön. Schauen wir mal. Da kommen sie. Stopp, stopp, stopp. Egal. Und wir gucken mal, was unsere Kinder hier so mit nach Hause gebracht haben. Unser Adrian ist Einser-Oberschüler. Er kann zum Erwachsenenaltern. Super. Dann gehen wir weiter. Unser Bennett. Unser Bennett ist auch Einser-Grundschüler geworden. Super. Der könnte auch altern. Aber die Drillinge machen wir ja gemeinsam. Jetzt schauen wir mal hier. Er ist auch Einser-Grundschüler. Und Bella ist auch Einser-Grundschüler. Juhu. Alle sind Einser-Grundschüler. Das heißt, wir haben einen Marathon-Geburtstag von vier Kindern vor uns. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaut da wieder mit rein. Ja. Jetzt geht es wie gewohnt weiter. Am Sonntag, also in der nächsten Woche. Am Sonntag sollte normalerweise wieder eine Folge der 100 Baby Challenge kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder vorbeischaut. Denn da müssen wir einen großen Geburtstag feiern. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage Tschüss und Tschau.